Manat war im vorislamischen Arabien bei dem Stamm der Kureich die Göttin des Mundes des Abendstands und des Schicksals. Sie war in vorislamischer Zeit neben Al-Lat und Al-Utza eine der drei in Mekka verehrten Hauptgottheiten. Ihr Sitz wurde in einem schwarzen Stein angenommen und bei Wallfahrten wurden ihr Weihgeschenke und Schlachtopfer dargebracht. Überlieferung Nach dem Götzenbuch des Ibn Al-Kalbi war Manat die Hauptgottheit der Araber von Jethri. Theophore-Personennamen sind ebenfalls überliefert. Abed Manat, Abed Manat, Diener der Manat und Zeit Manat, Zeit Manat. Die vorislamische Pilgerfahrt zum Heiligtum von Mekka war für die Araber von Jethri beerst dann vollständig, wenn sie nach ihrer Rückkehr aus Mekka bei Manat ihre Haare gestutzt hatten. Mit dieser Sitte hat man die jährlichen Pilgerfahrtszeremonien zur Kaba in der Jahiliya mit dem Manat-Heiligtum verbunden. Zu unterschiedlichen Anlässen pflegten die vorislamischen Araber bei Manat auch Tieropfer dazubringen. Es war auch üblich Eidleistungen im Namen von Manat abzulegen. Die Quraysh in Mekka verehrten sie als eine der drei Schicksalsgöttinnen, die beiden anderen heißen Aylat und Al-Utza. Al-Manat wird im Koran, Schur 53, Vers 19 bis 23 und 27, 28 neben Aylat und Al-Utza erwähnt. Und auch Al-Manat, diese andere, die dritte, erste denn für euch das, was männlich ist, und für ihn das, was weiblich ist, bestimmt. Das wäre dann eine ungerechte Verteilung. Jene sind nur leere Namen, welche ihr und eure Väter für die Götzen ausdachtet, wozu Allah keine Erlaubnis gegeben hat. Und auch Al-Manat, diese andere, die dritte, das sind die erhabenen Kraniche. Auf ihre Fürbitte darf man hoffen Sonstiges. Es ist bisher nicht wissenschaftlich geklärt, ab wann diese drei alten Göttinnen zu Töchtern des Hochgottes Allah umgedeutet wurden. Überlieferungen zu Koranfasen, die die alten Göttinnen erwähnen Aylat 19 bis 24, zeigen nach Meinung einiger, dass Mohammed anfangs versuchte, diese bei den alten Arabern sehr beliebten Göttinnen einzubeziehen. Im Jahr der Eroberung Mekas durch die islamische Gemeinde von Medine befahl der Prophet seinem Vetter Ali ibn Abi Talib, das Heiligtum zu zerstören. In der Antike wurde sie der griechischen Nemesis und der Tüche gleichgestellt. Siehe auch, Aylat, Al-Utscha, alterabische Gottheiten, Han-Ilat.